Sondern warum ihr überhaupt auf der Tribüne seid. Warum sitzt ihr, Mann? Ist das da VIP? Hat das mehr gekostet, da zu sitzen? Mehr als die hier vorne? Ich glaube, die haben die teuersten Tickets hier, ne? Auf jeden Fall. VIP! Wo ist der Champagner, Bitches? Und ihr die normalen Tickets, ne? Ihr seid die, die normalen Tickets, ne? Die Gang. Die Gang. Ey. Ich weiß, da ist Schatten, ne? Der einzige Schattenplatz hier. Aber vielleicht wenigstens aufstehen, wenn euch ein Song besonders gut gefällt oder so, ne? Könnt ihr ja... Vielleicht seid ihr ja animiert vom nächsten Song. Ihr kennt die nämlich alle gar nicht.